Sekunde. Gucken, was ich hier drücken kann. Achso, hier habe ich... Warte mal. Da habe ich einen. Macht der hier was? Ja, nein. Nein, macht er nicht. Drücken wir nochmal. Mach ich die ganze Zeit. Nee, da passiert nichts. Okay. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Bin ich ins Hinten gelandet? Ja, okay. Also musste ich zurückgehen. Saved. Und da passiert nichts bei dir. Da passiert nur vorne was. Das heißt, der ist es auf jeden Fall nicht. Drück du mal einen Knopf? Einen anderen? Davor vielleicht? Davor. Irgendwas? Ja, das kann sogar sein. Fuck, jetzt habe ich den Jump-Tile verkackt. Kommst du trotzdem ohne mich durch? Glaube schon. Aber da hinten ist der... Oh, das kann er... Warte mal, das kann er mir auch nichts... Das kann mir aber auch nicht helfen. Ich habe hier aber... Ich habe zwei Knöpfe, die ich hier drücken kann. Der eine ist für dich in der... Der eine ist für dich in der Zukunft. So, geh mal so weit hin, wie du... Wie du, wo du hinkommst. Wo ich könnte... Warte mal, vielleicht könnte ich den hier drücken. Ach nee. Da habe ich gar keinen. Kommst du noch mal zu dem... Äh... Denk zu... Vor dem Jump-Tile? Ja. Kannst du den noch mal drücken? Oh, mein Jump-Tile, ja. Sekunde. Den ersten? Den zweiten. Den zweiten. Den hier. Ja, genau. So, warte mal. Dann bleib mal bei den beiden Knöpfen. Vielleicht kannst du mir damit hier... Drück den zweiten noch mal. Ja. Noch mal. Da passiert hier nichts. Aber den ersten? Ja. Mach ich. Ah, okay, der erste war es. Okay. Dann? Dann drück den ersten noch mal. Ja. Okay, dann drück den zweiten noch mal. Ja. Okay, dann drück den... Zweiten noch einmal. Ja. Der macht hier nichts. Also drück mal den... Warte, ich kann den hier drücken. Damit hier dran vorbei. Komm ich. Okay, easy. Jetzt bist du auf der Wiese. Oder? Boah, ja, bin ich. Okay, jetzt muss ich zurück zur Wiese. So, ich bin bei der Wiese. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt kannst du langlaufen. Bis wohin? Äh, du musst dich ganz kurz gedulden. Was machst du denn? Ich muss kurz eine Nachricht stellen. Perfekt. So, ich hab nämlich gerade eine Nachricht bekommen. Ich komme ungefähr soweit. Also so ziemlich gar nicht. Und hier komme ich so ziemlich gar nicht. Kannst du keine Knöp drücken. Dann drück ich jetzt mal ein. Kommst du weiter? Okay, drück mal nochmal. Ja. Drück mal, hast du noch einen zweiten oder so? Weiter hinten hier habe ich einen, oder? Da hinkommen. Ist jetzt wirklich weit weg, aber. So, ne? Jetzt. Ne, da passiert nichts. Ähm, kannst du? Die Aufgabe war anstrengend. Guck mal, ob du selber vielleicht den Weg freischalten kannst. Knöpfe habe ich noch nicht. Ich denke, du musst mir... Geh mal nochmal zurück zu deinem ersten Schalter. Vielleicht komme ich irgendwie mit... Ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei Wege, ne? Ich habe auch zwei Wege. Also, jetzt bringe ich den ersten. Ja, drück den nochmal. Drück ihn die ganze Zeit. Okay, jetzt habe ich hier auch einen Knopf. Also, bist du weitergekommen, ja? Ja. So. Äh, drück mal einen Knopf. Ja, lass den so bitte. Ähm, drück nochmal. Nochmal. Okay, nochmal drücken. So, jetzt gehst du weiter. Wie weit kommst du? Hier, hier habe ich nochmal einen Knopf. Äh, warte, stopp, Sekunde. Drück mal einen Knopf. Nochmal. Nochmal. Mal gucken, was der ändert. Okay, nochmal. Glaube ich. Okay, und jetzt, wie weit kommst du? Äh, nur ganz minimal weiter. Macht der hier was bei dir? Nein. Der macht nichts. Nichts, was ich gerade sehe. Guck mal nochmal. Drück die ganze Zeit. Okay, dann gehe ich nochmal zurück zu meinem alten. Guck mal, ob der dir nochmal hilft. Okay, hilft dir der hier? Äh, nein. Doch, warte, so komm ich, so komm ich wieder zurück, aber. Ist ja auch kein Sinn. Du musst jetzt vielleicht den Weg außen rum gehen. Ich bin mir nicht so sicher, du hast ja zwei Wege. Das ist halt, das irritiert mich ja komplett. Kannst du nochmal den ersten drücken? Also den, den du eben schon gedrückt hast? Dann gehe ich jetzt mal auf der anderen Seite einfach mal. Kannst du da irgendwas drücken? Drück mal bei der zweiten Seite was? Hast du Knöpfe? Ja, ich gucke gerade, ob ich den zweiten Weg gehen kann. Ja, drück mal nochmal deinen Knopf. Ja, warte. Ja. Dann drücken wir nochmal. Tue ich, habe ich. Nochmal. Ja. Guck mal den nochmal. Ja. Halb Sekunde, ich kenne fest. Okay, passt. Ich ist durch, ja? Nee, ich will gerade gucken, ob das hier irgendwas daran ändert, dass es irgendwie durchkommt. Hast du einen Knopf dabei dir? Den hier habe ich. Warte. Sonder, dann muss ich bei mir erstmal wieder freischalten. Drück nochmal da hin. Nochmal. Ja, nochmal. Der ist gut. Mal nochmal weg. Okay. Hast du jetzt irgendeinen weiteren Knopf oder so? Nee, das sind die beiden, die ich habe. Wenn du zur... Die beiden. Drück mal nochmal den anderen. Hast du schon gedrückt, wa? Hm. Okay, dann macht bei mir null. Warte mal Sekunde. Ganz kurz zurück. Warte. Geh mal nochmal zu dem ersten hin, den du ganz... Also, den du gerade gedrückt hast. Jetzt mal vielleicht muss ich den. Warte mal. Ach nee, dann komme ich ja da nicht mehr lang. Das überfordert mein Gehirn. Der Mist tut weh. Warte mal. Wenig drücke. Drücken wir nochmal bei dir ein. Hast du? Ja. Nochmal zurück. Und den anderen. Einmal, bitte. Den anderen. Warte. Huch. Hast du gemacht? Ja, habe ich. Nee, dann machen wir wieder zurück. Klick wieder zurück. Aber ich glaube, ich habe was gesehen, wie ich bei mir weiterkomme. Das muss ich mal ausprobieren. Ich gehe da schlichtweg nicht weiter. Kannst du nochmal einen Knopf drücken, bitte? Den... Nochmal beide, bitte. Den einen habe ich gedrückt. Okay, den kannst du... Und den kann ich auch nochmal drücken. Okay, hast du beide gerade gedrückt. Oh, nee, den einen kannst du nochmal bitte drücken. Oh, zurückgesetzt. Fuck. Aber hat mir das vielleicht geholfen, dass das zurückgesetzt ist? Drück mal bitte... Nochmal bei dir. Äh, welchen? Äh, den ersten. Hast du? Ja. Den zweiten? Ja. Das bringt mich immer nur nach hier vorne ran. Muss ich... Warte mal. Kommst du aktuell in deinen ersten Knopf, Gun? Ähm, ja. So komme ich an meinen ersten Knopf ran. Soll ich den drücken? Ich drücke ihn jetzt, oder? Drückst du den mal? Hab ich. Noch mal? Ich mache mich da nicht mehr lang, ey. Ja. Äh, vollkommen verwirrt. Was der hier nicht weggeht, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum der nicht weggeht. Kann ich machen, was ich will. Drücken wir nochmal den ersten, den du hast. Sekunde. Hast du gerade einen Knopf gedrückt? Nein. Oh, das macht mich fertig. Ach, jetzt bin ich resettet. Egal. Boah, das ist keine... Oh, nee, jetzt. Oh, nee. Okay. Ja, den ersten habe ich gedrückt. Auf jeden Fall kannst du durch... Wenn du zurückgehst, dich resetten. Hier kannst du den ersten. Den was? Den ersten nochmal drücken. Ja. Hab ich. Auch wieder nichts. Ich dachte, der ändert was. Aber warum ist denn der jetzt wieder da? Ich den drücke, dann ist der weg. Aber dann komme ich da nicht lang. Ich. Äh, mein Gehirn tut weh, Tim. Hast zwei Knöpfe. Ich habe auch zwei Knöpfe. Und wir haben ja einfach fucking zwei Doppelwege, ey. Das ist doch der Wahnsinn. Ich habe einen Knopf gedrückt. Ist was passiert? Äh. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Ich bin einfach über Wasser gesprungen und habe den ganz am Ende erreicht. Voller Cheaten war das gerade. Ey, das ist nicht nett, was du gerade gemacht hast. Ich weiß ja selbst nicht, was ich mache, Tim. Mach mal nochmal irgendwas. Den gleichen Grad nochmal. Ja. Ja. Warte, Sekunde. Nochmal, bitte. Nochmal. Nochmal. Hm. Warte. Nee, nicht zurück machen. Wieder, bitte. Habe ich ja jetzt was geschafft. Ach, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Alter, was? Was ist das? Okay. 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 Aber wir die Aufgabe nicht einfach überspringen. Keiner von dir hat es gemacht. So, Sekunde. So ist es bei mir nämlich auch. Ein Balken bleibt immer da. Egal welche beiden. Der soll jetzt hier. Warte mal. Der muss jetzt hier nach rechts. Ich muss mir ganz kurz zurückspringen. Pass auf. Warte mal. Also. Wenn ich den hier drücke, ist der Balken dann weg. Ja, ist er. Mach mal bei dir nochmal zwei. Den zweiten. Ich? Ach nein, dann komme ich da nicht weiter. Ich hasse das. Und den ersten? Habe ich. Mann. Wenn ich den mache, dann komme ich da nicht weiter. Das ist doch dumm. Äh. Knöpfchen drücken. Welches? Äh. Beide. Ne, den nicht. Den nochmal zurück machen. Du hast beide gerade gerückt, ne? Ich habe gerade jetzt nochmal eins gedrückt und nochmal zwei zweimal gedrückt. Okay, warte mal. Drück mal. Äh. Den ersten, den du gedrückt hast, nochmal bitte. Also drück mal beide einfach einmal nochmal. Genau. Genau. Lege ich den irgendwie weg. Ähm. Lege ich den irgendwie weg. Kannst du nochmal beide drücken bitte einmal hintereinander? Also drück erstmal den ersten einmal. Und jetzt, das ist Nummer eins. Und jetzt Nummer zwei bitte. Alter. Ich check das nicht. Diese Doppelwege machen mich echt fertig, muss ich sagen. Äh. Ja, bitte nochmal Nummer zwei drücken. Ne. Dann Nummer eins. Danke. Okay. So. Jetzt bin ich hier. Hier komme ich nicht weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Knopf. Den kann ich drücken. Dann passiert bei dir irgendwas. Ja, bei mir swapen hier zwei. Dinger, drücken wir nochmal. Warte, drück den nochmal. Ja. Nochmal? Ja. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Ja gut, ich komme damit überhaupt nicht weiter. Ja. Ich kann den hier drücken. Und damit ändert sich was bei mir. Das ist auf jeden Fall bei mir die ganze Zeit was. Oh, das war uncool. Hallo, das ist uncool. Aber was soll ich denn machen? Ich habe hier zwei Knöpfe. Mach mal, mach den nochmal weg. Mach mal nochmal den zweiten. Den da. Ja. Trotzdem sind da vorne zwei. Ich bin die Aufgabe scheiße. Ganz halt schlecht berechnen, muss ich sagen. Ich sehe halt irgendwie einfach nicht durch, weißt du. Du drückst die ganze Zeit Knöpfe und irgendwas wechselt und irgendwas wechselt nicht und irgendwie komme ich nicht voran. Ja, okay, lass die abbrechen. Hast du einen Abbrechen-Button bei dir? Ja. Ah, okay. Die ist irgendwie... Dicker Scheiß. Bist du jetzt wie lang? Äh, hier glaube ich wie lang. Ah, ja. Wow, das war ein schöner Ausguck. Was? Da schießt was auf dich. Da hat jemand was gewohnt gemacht. Der Huber-Sohn. Aua. Aua. Ja, ich glaube... Du kannst ja nicht lang. Achso, du musstest schnell genug machen. Ah, fuck. Natürlich. Oh, fast geschafft. Du hast schon, du hast schon das C-Rio von, äh, von George gehabt. Ja, kannst du mal sehen. Alter, um die Ecke zu springen ist... Oh. Bin ich runtergefallen, aber ich komme nicht wieder hoch. Um die Ecke zu springen ist überschwer, muss ich sagen. Du musst halt in der Mausflüge schneiden, aber... Ich habe es geschafft. An dieser Explosion... Ach man, ich hasse es heute. Oh man, und dann geht es da oben weiter. Ich habe es wieder... Ach man, ich habe es jetzt doch.